Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der lange Schatten der Pershings. Atomare Bedrohung auch nach über 40 Jahren nicht gebannt. Ein Beitrag von Bernhard Trautvetter. Die Friedensbewegung in den 1980er Jahren in der BRD hatte damals sofort verstanden, welches Gefahrenpotenzial dieser Beschluss in sich barg. Die Entscheidung zur Stationierung der US-Raketen Pershing 2 und der Marschflugkörper Cruise Missile jährt sich am 12. Dezember zum 44. Mal. Die aktuelle Gefahr eines großen Krieges, auch in Europa, hat weit zurückgreifende Wurzeln. Die Abwendung dieser Gefahr bleibt zentrale Aufgabe der heutigen Friedensbewegung. Wenn US-Präsident Joe Biden kürzlich vor einem Armageddon warnte, dann ist das angesichts der US-Rüstungsmaschinerie eine zynische Erinnerung an diese Gefahr. Schließlich kennt er die Nukleararsenale genau, vor denen er warnt. Warnungen dieser Art begleiten das Leben in unserer Epoche nun schon mindestens seit ca. 8 Jahrzehnten. Hiroshima motivierte Nuklearwissenschaftler zur Weltuntergangsuhr als Warnung vor dem finalen Krieg. Und so nahe an der Stunde Null wie jetzt sahen die Wissenschaftler die Menschheit noch nie. Führende Militärstrategen und ihre Lobby steigern die Gefahr mit der immer ausgefeilteren Atomrüstung und verbergen sie hinter einem Schleier der Vertuschung und der Ablenkungspropaganda. Die Gefahr eines Armageddon darf kein Mensch jemals heraufbeschwören. 1962 stand die Menschheit am Rande ihres Zeitenendes. Glücklicherweise bewies ein sowjetischer U-Boot-Kommandant Mut. Er widersetzte sich dem an sich vorgeschriebenen Auslösen eines Atomkrieges durch das Drücken des roten Knopfes für den Atomschlag, als ihr Atom-U-Boot von der US-Marine angegriffen wurde. Der US-Strategie Schlesinger bezeichnete die Kuba-Krise als den gefährlichsten Moment der Menschheitsgeschichte. Zwei Jahrzehnte später war das NATO-Manöver Abel Archer mitten im Konflikt der Militärs mit der Friedensbewegung der 1980er Jahre ein ähnlich gefährlicher Moment, der mit dem Manöver namens »Fähiger Bogenschütze« ein brisantes Aggressionskonzept gegen die Sowjetunion umfasste. Es fand in einer Zeit statt, in der die NATO das Atomkriegskonzept »Victory is Possible« übersetzt »Sieg ist möglich« diskutierte. Und in der sie in Deutschland die Enthauptungsschlagwaffen Pershing II stationierte. Systeme, die geeignet waren, die Führung der Sowjetunion zu enthaupten und ihre nuklearen Arsenale mit einer Anflugzeit weniger Minuten auszuschalten. Beschluss zur Pershing-Stationierung vor 44 Jahren Der Beschluss zur Stationierung der Pershing II und der Marschflugkörper Cruise Missile jährt sich am 12. Dezember dieses Jahres zum 44. Mal. Die Friedensbewegung hatte damals sofort verstanden, welches Gefahrenpotenzial dieser Beschluss in sich barg. Zitat Die Pershing II-Raketen wurden von der Sowjetunion als besonders gefährlich angesehen, weil die einen Schnellangriff gegen die sowjetische Führung ermöglicht hätten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Enthauptungsschlag. Zitat Ende. Genauer erklärt das ein Text der »Blätter für deutsche und internationale Politik« vom September 1983. Zitat Die Pershing II, die ausschließlich in der Bundesrepublik stationiert werden soll, hat Anflugzeiten, die maximal zwischen vier und sechs Minuten liegen. Dieses Waffensystem zwingt dem Land, zu dessen Bedrohung es installiert wird, eine automatische Reaktion auf. Wird auf den entsprechenden Radarschirmen der Start einer Pershing sichtbar, zwingt das die verantwortlichen Militärs der Gegenseite dazu, unverzüglich den Startbefehl zum Vergeltungsschlag zu geben. Neben der Gefahr eines bewusst ausgelösten Atomkrieges wächst auch die eines nuklearen Infernus durch simples technisches Versagen oder menschliches Fehlverhalten. Die Situation der Bundesrepublik wird durch die Stationierung geradezu lebensgefährlich. Werden Cruise- und Pershing-Raketen auf den vorgesehenen Basen installiert, geht zum ersten Mal seit 1945 wieder eine direkte Bedrohung der Sowjetunion von deutschem Boden aus. Der oft beschworene Grundsatz, wonach von deutschen Boden niemals wieder ein Krieg ausgehen dürfe, wird ungläubig und bleibt allenfalls eine dekorative Formel für den Hausgebrauch politischer Sonntagsredner. Die Sowjets und ihre Verbündeten werden ihr Verhalten mit Sicherheit nicht von Verheißungen oder Versprechungen abhängig machen, die sie von diesem oder jenem führenden Politiker erhalten. Sie werden vielmehr von den Tatsachen ausgehen, die dann geschaffen worden sind. Zitat Ende Die Friedensbewegung warnte damals also völlig zu Recht davor, dass ein Atomkrieg aus Versehen wahrscheinlicher würde. So erklärte der Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker, dass die Stationierung weitreichender Landraketen in der Bundesrepublik dem Aufbau einer selbstmörderischen Drohung gegen die EU-SSR gleichkomme. Denn sie verstoße gegen das Prinzip, keine Potenziale zu schaffen, die das eigene Lager und den Gegner in einer Krise zu einem nuklearen Erstschlag verleiten oder gar zwingen könnten. Die Stabilität, dass Lebensrettende abwarten können in einem Spannungsfall, würden mutwillig demontiert. Selbstmörderische Drohung Genau diese selbstmörderische Drohung erfährt aktuell durch die NATO-Rüstung für den Atomkrieg eine Renaissance, die nicht den Widerstand erfährt, wie es in den 1980er Jahren der Fall war. Die USA unterhalten in Westeuropa, unter anderem in Büchel bei Koblenz, Nuklear-Arsenale unter der Bezeichnung B61-12. Diese Arsenale sind nicht wie ihre Vorgänger reine Fallbomben, sondern sie finden in der Schlussphase ihres Angriffes selbstständig mit einem Antrieb und steuerbaren Flossen mit neuer Präzision ihr Ziel. Sie knüpfen also mit dieser Fähigkeit an die Enthauptungsschlagfähigkeit der Pershing II vor 40 Jahren an. Die Stationierung der B61 wurde früher als ursprünglich vorgesehen vorgenommen. Und auch das steht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Sie sind für Angriffe mit den Atombombern vom Typ F-35 vorgesehen. Die Anschaffung von 35 dieser Trägerflugzeuge für den Atomkrieg legitimierte Olaf Scholz mit dem Ukraine-Krieg. Sie vervollständigen die Enthauptungsschlag-Eigenschaft der neuen Systeme, da sie als sogenannte Tarnkappenbomber vom gegnerischen Radar nur schwer erkannt werden können. Hinzu kommen die atomar bestückbaren Hyperschallraketen mit hoher Zielgenauigkeit und Minuten kurzer Flugzeit. Die USA planen aktuell, Systeme dieser Art mit dem Namen Dark Eagle in Deutschland zu stationieren. Das Argument, Russland habe auch solche Raketen, was zutrifft, vernebelt die strategische Situation, da Russland seine Hyperschallraketen nicht auf Kuba, also vor den Grenzen der USA, bereithält, während umgekehrt die Systeme der USA vor den Toren des russischen Gegners für den Atomkrieg vorgesehen sind. Damit wird der Atomkrieg aus Versehen aufgrund der kaum mehr vorhandenen Vorwarnzeit so gefährlich wahrscheinlich, wie es das letzte Mal vor 40 Jahren der Fall war. Die Friedensbewegung steht also vor der Aufgabe, dem wie vor 40 Jahrzehnten entgegenzutreten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. deineses und die locker Certidale deines deines Vielen Dank.